Oh, ich bin so aufgeregt! Meine Chefin ist heute Lena Meyer-Landrut, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010. Und mit gerade mal 19 und gerade mal Abi hat sie geschafft, was seit 1982 und Nicole niemand mehr geschafft hat, den Gesangspokal nach Deutschland geholt. Seitdem hat sie 4 Alben gemacht, einen YouTube-Kanal und wegen des guten Laufs ist sie auch Verlängerung ihrer Carry You Home Tour. Und da habe ich mich mal einen Tag in Berlin dran gehängt. Warte! Ich freue mich! Ich freue mich auch! Lena Meyer-Landrut, 24 Jahre alt, geboren in Hannover, ist Sängerin, Fashionista und Jurorin bei The Voice Kids. Sie ist Britney Spears Fan und strickt gerne mal was. Ich dachte erst mal, wir machen erst mal eine YouTube-Challenge zusammen. Oh ja! Das ist mein erster Plan. Dafür werde ich dich benutzen. Und dann geht's auf die Bühne und zwischendurch sind halt so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach so erledigt werden müssen. Wie sieht so ein typischer Tour-Tag aus? Ja, man wacht auf im Tour-Bus und sieht extrem scheiße aus, weil das Tour-Bus-Leben nicht so luxuriös ist, wenn man nicht Vienna heißt. Die Tour ist jetzt zweieinhalb Wochen lang einfach am Stück. Und sonst Konzerte sind immer eher einzelne Tage. Ich habe fast jedes Wochenende im Sommer Konzerte. Das ist ja jetzt quasi so eine Nach-Zykler-Tour sozusagen, weil die erste so gut gelaufen ist. Ja. Cool! Gibt's jetzt noch eine Nach-Zykler-Nach-Zykler-Nach-Zykler-Tour quasi? Erst mal nicht geplant, nee. Ich mache jetzt erst mal andere Sachen. Was denn? Album schreiben und so. Neues Album. Und schlafen auch erst mal ein bisschen. Weil die zweieinhalb Wochen so... Ja. Nicht jetzt, bitte. Und dann? Wie sieht das aus, so ein Album schreiben? Wie gehst du das an? Meistens sitzen nicht mehr als drei Leute im Studio. Und das sind Produzenten oder selber Musiker oder Texter? Also ich habe immer einen Produzenten dabei, weil ich ja jetzt auch ziemlich elektronische Geschichte mache. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn da schon jemand sitzt und so ein Beat irgendwie hat. Und eine Idee von dem Soundbild. Und für mich ist es halt aber total wichtig, dass man trotzdem Musik macht, wo man im Zweifelsfall auch am Feuer mit einer Gitarre sitzen kann und das Lied auch an der Gitarre spielen kann. Warum ist das für dich wichtig? Ja, weil ich finde, dass das dann Musik ist. Also ich will jetzt nicht nur Beat und... Yeah! Sondern dann denke ich so, ja, was ist der Inhalt davon? Und was ist das Ziel? Also was hast du dir vorgenommen? Man geht doch immer mit so einem Ziel an ein Album oder ist das Album das Ziel? Das Album ist das Ziel. Ja? Ja. Also es ist nicht so, man will sich selber ausdrücken, man will nochmal der Welt irgendwas über ein bestimmtes Thema sagen. Bei mir ist es immer eher so, dass ich so situativ verarbeite, was beschäftigt mich im Moment. Mhm. Ja. Ja, okay. Und was beschäftigt dich im Moment? Jetzt wird es aber... Katrin, Mensch, jetzt am frühen Morgen jetzt hier... Ich dachte, wir gehen jetzt lustige Sachen einkaufen für YouTube. Dann ab. Gleich hast du es geschafft. Ich habe die Frage schon wieder, was beschäftigt dich jetzt gerade? Jetzt gerade beschäftigt mich... Es ist gar nicht jetzt so einfach zusammenzufassen. Ich beschäftige mich total viel mit diesem ganzen Narzissmus-Thema. Immer ich, ich, ich und Kamera hier und schminken und ich mache das und ich mache das. Und das ist für mich ein irres Problem und ein irres Thema irgendwie. Und warum? Weil es zu viel? Ja, weil ich finde, dass es nicht normal ist und dass es nicht normal sein soll. Und was glaubst du, woher das kommt? Weil mein Beruf darum geht, sich um mich zu kümmern und nicht um andere. Und aber glaubst du, das kann man abstellen in irgendeiner Form? Ja, schon. Echt? Ja. Und also wie? Also zum Beispiel bin ich gerade dabei, mir das ein bisschen so hinzudrehen, dass ich meinen Job oder meine Karriere und meine Musik und das, was sozusagen alles um mich geht. Und auch Styling und Beauty und Heerschminken und Selfies und Instagram und so, dass ich das einfach für mich selber auch nicht auf mich beziehe, sondern dass ich versuche, das aus einem geschäftlichen Hintergrund auch zu sehen. Also das auch als Business zu sehen und zu denken, okay, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Du versuchst dich mehr zu verprodukten quasi. Ja, irgendwie das hört sich irgendwie kalt an. Ja. Also so kalt ist es von meinem Gefühl her nicht, aber ich versuche auf jeden Fall so dieses, ja, das alles so doll auf mich selber zu beziehen, so ein bisschen abzuschalten. Machst du das? Ja, schon. Ja, aber, äh, willkommen bei der schwierigsten Aufgabe überhaupt. Ja, es ist auch eine Schere zwischen, was mache ich einfach, weil ich es halt einfach mache und worüber denkt man nach, wenn man es macht, so was, wie viel will man überhaupt kontrollieren, um nicht sich selber zu verlieren, wie viel will man aber auch preisgeben, damit man sich selber nicht verliert, damit man man selber bleibt, damit man nicht irgendwie abdreht oder so. Ich finde das schon, ist ein extrem, äh, großes, äh, großes Thema, so. Voll, das ist schwierig, aber halt auch sehr spannend. Guck mal, du hast die Frage beantwortet und wir gehen jetzt los und kaufen Quatsch. Wir kaufen fünf Sachen und dann verbindet einer dem anderen die Augen, dann kriegt man eine Sache in den Mund und muss halt sagen, was es ist. Okay, aber wir machen nicht so fies, oder? Darf man eine Sache sagen, die man gar nicht mag? Okay. Also was ganz Schlimmes, aber nicht, dass du das dann extra kaufst. Nein, nein, das ist dann die Regel, das ist die Regel, das darf man dann nicht. Also was ich ganz, ganz, ganz... Warte mal, bist du ein Vegetarier? Nee. Okay. Du? Okay. Ich finde ganz, ganz furchtbar Tabasco. Ich finde das das Allerschrecklichste mit auf der ganzen Welt. Alter, wie hardcore bist du denn? Willst du mir jetzt Tabak in die Fresse stecken? Tabasco? Ach, Tabasco. So, ich habe Tabak verstanden. Dann würde ich mich gegen Marzipan entscheiden. Ja dann. Okay, los. Aber nicht Tabak jetzt, ne? Nein, du bist so verrückt, man stirbt dann. Die Lena. Das ist sehr faszinierend, sie zu treffen, weil ich habe eigentlich das Gefühl, ich kenne sie schon, weil ich sie schon so lange begleite. Ich weiß noch genau, wie sie damals bei unserer Star für Oslo der Castingsendung für den ESC auf die Bühne kam und ich dachte, boah, wer ist das denn? Und ich kenne sie aber nicht, ich habe sie noch nie getroffen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich sie heute mal kennenlernen darf. Und wir machen jetzt eine kleine YouTube-Challenge für Lenas YouTube-Kanal und die Challenge heißt Was ist in meinem Mund? Wir gehen jetzt ins Büdchen. Jeder kauft jeweils fünf Sachen, die der andere hinterher mit verschlossenen Augen erschmecken muss. Also wir machen nette Sachen, oder ist das schon auch, das besteht die Challenge schon? Ne, man kann auch schon, also es ist eine Challenge halt, man muss es, man muss es schon auch irgendwie schaffen. Es ist schwierig schon auch, ja. Man muss schon ins Ziel kommen. Tablettenkäse? Baugel ist doch auch fies. Nimm da doch Fasabi mit. Ihhh! Das hätte ich auch sagen sollen, ich mache keine Pilze. Ich nehme mich schon mal mit. Ihhh! Ich musste warten. Okay. Tschüss, danke! Bitteschön! Ihhh! Danke! 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 Danke, ne? Wer fängt an? Du! Ich! Okay. Ziehst du was? Nee. Vielleicht nicht so schlimm, wie du denkst. Mh! Ah! Ist das sowas wie Käse? Ja! Ja! Fertig? Aha! Öh! Was ist das? Kann ich sterben? Öh, es hat jetzt salzig geschmeckt. Ja! Schmeckt das auch. Also, Pistatje? Yay! Oh, wie schön! Scheiße! Hab ich einen Punkt, wa? Ja, war zu einfach. Aber du hast auch einen Punkt eigentlich. Ja, aber ich will ja gewinnen. Ach so. Mh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machst du nicht so? Warte mal kurz. Ist das Spargel? Ja! Boah! Alter! Äh, 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 ist das was Fischiges! Äh, äh, äh! Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Tun für ich! Äh! Ich möchte das nicht. Aber es riecht bis jetzt am besten von allen Sachen. Oh, das knuspert aber schön. Spuckst du das aus? Ist es so ekelhaft? Ja, es schmeckt nach trockenem Erbrochenen. Aber auch ein bisschen wie Popcorn. Möchtest du sehen? Ich kotze. Äh! Ich glaube, so was trinke ich nicht. Was soll das sein? Ist das, äh, das ist eher sowas wie Ramazzotti oder so. Boah, ich hab immer noch diesen Chitake-Geschmack im Maul. Möchtest du einen Schluck? Oh! Ähm, ich hab gedacht, mh, Jägermeister. Ja! Echt? Yeah, yeah, yeah! Mh, mh! Mh, 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 mh! Kaffee? Mhm. Richtig. Hoppi! Schön kauen. Mich schüttelt es selber. Gelatine? Ich weiß es nicht. Es ist ein schöner Erdbeer-Pudding. Bäh! Ist nicht dein Ernst? Doch. Nee, das können die nicht so verkaufen. So, das war die YouTube-Challenge. Es ist schwer, wenn man nur schmecken kann, was man im Mund hat. Gewonnen hat Lena mit 5 zu 4. Zwischen Challenge und Soundcheck ist noch Zeit zum Relaxen und zum Reden. Du hast dich entschieden, richtig Gas zu geben. Social Media, Internet-mäßig. Richtig? Ja. Warum? Ohne Scheiß. Bei mir hat alles viel damit zu tun, ob ich Lust habe oder nicht. Und das ist sozusagen für mich das allergrößte Privileg, was ich habe und wofür ich jeden Tag so unfassbar dankbar bin, dass ich einfach wirklich einfach das machen kann, worauf ich Lust habe. Ja, ich hatte einfach Bock. Und die Situation, was neu ist, ist dadurch entstanden, dass ich mit dem Stardust-Album auf Tour war und alles und das sozusagen fertig gearbeitet habe, dieses Projekt. Und ich einfach zum Ende hin mehr und mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt was anderes machen, weil das, was ich gerade mache, bin ich gar nicht mehr. Und ja, und dann habe ich halt mich an Crystal Sky gesetzt. Es war auf jeden Fall eine dolle Entwicklung bei diesem Album und auch für mich eine dolle Veränderung für mich selber und es hat mich auch sehr viel Mut gekostet und so. Und jetzt zum Beispiel ist für mich die... Warum hat es viel Mut gekostet? Ja, weil Veränderung immer einfach richtig schwierig ist, wenn man von allen Seiten beobachtet wird, weil man natürlich auch voll auf die Fresse fliegen kann. Weil auch voll viele... Stardust hat doch super funktioniert. War doch alles cool. So, warum was anderes machen, wenn es gut funktioniert? Und warum riskieren, dass die Hälfte der Leute sagt, es ist total scheiße, was du machst? Und wie kannst du das ausblenden? Oder kannst du nicht ausblenden? Kann man nicht ausblenden. Und wie kannst du damit arbeiten? Muss man, glaube ich, annehmen. Also selbst im Privaten schafft man ja nicht, sich davon frei zu machen, was seine Freunde über einen denken und so. Und bedauerst du das manchmal? Weil ich finde schon, dass, als du da zum ersten Mal rausgekommen bist bei unseres Star für Oslo, dass dir so eine Leichtigkeit und so eine Unbefangenheit genommen wurde, die es ja eigentlich von Anfang an ausgemacht hat? Nee. Ich glaube, dass es total natürlich ist. Also ich glaube nicht, dass man das kann. Wenn man zum ersten Mal einen Wasserfall sieht, dann ist man immer geflashter, als wenn man ihn zum zweiten Mal sieht. Das ist einfach normal. Man kann nicht immer wieder aufs Neue sozusagen naiv sein. Hm, das stimmt. Geht nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Leichtigkeit in den Dingen verloren habe. Ich habe einfach, ich habe nur das Gefühl, dass ich einfach richtig viel dazugelernt habe. Also in mir drin ist es total leicht. So. Also ich fühle mich sehr, fühle mich sehr ausgeglichen. Wo musstest du am meisten lernen? Nein sagen. Nein sagen? Mhm. Und wem oder was? Alles. Einfach immer Nein sagen, wenn ich was nicht möchte. Es ist mir unfassbar schwer gefallen. Ich habe das nicht geschafft am Anfang. Ich war so, ja willst du das? Mhm. Und was willst du essen? Wollen wir das essen? Mhm. Bei allem. Einfach bei allem. Und unterschreibst du diesen Vertrag? Mhm. So, einfach alles. Ich musste einfach lernen, Nein zu sagen. Und Sachen aufzunehmen, anzunehmen, mir durch den Kopf gehen zu lassen, nachzudenken und dann eine Entscheidung fällen. Aber was ich mich schon frage ist, wenn man so viel Liebe bekommen hat wie du und dann aber auch so viel Häme und so viel das genaue Gegenteil davon, ist das auch was, was du lernen musstest oder war das nicht so schlimm für dich oder nicht so tragisch? Nein, das war tatsächlich, was mir richtig leicht gefallen ist von Anfang an. Und warum? Ich glaube, das ist eine Erziehungssache. Und wie muss die Erziehung sein, dass einem das leicht fällt? Ich war nie anfällig für, wir lieben dich, wir lieben dich und ich, ah, danke. So, das war noch nie so. Und ich war auch noch nie, du bist scheiße. Irgendwie hat meine Mutter das auf jeden Fall ganz gut hingekriegt, glaube ich, weil ich wirklich und vor allen Dingen am Anfang damit wenig Probleme hatte. Ich glaube, was ich immer noch richtig scheiße finde, was ich noch nicht so richtig abschalten kann, ist von der Meinungsgeschichte her mich unverstandenen Gefühlen von Leuten. Von Leuten, die du unmittelbar triffst oder von Leuten da draußen? Unfair behandelt zu werden von Leuten, die mich nicht kennen. Welches Vorurteil trifft dich am meisten? Wahrscheinlich wirklich, dass ich eine Zicke bin. Ich glaube von mir, dass ich eigentlich gar nicht so zickig bin. Wenn man mich kennenlernt, denkt man wahrscheinlich relativ schnell auch, okay, vielleicht nicht ganz so krasse Zicke, wie ich dachte. Ja. Und warum willst du abends auf die Bühne? Wegen, wegen Freude einfach. Ich stelle mir immer auch ein bisschen vor, wie ich bin, wenn ich auf einem Konzert bin, wenn ich zum Beispiel auf einem, keine Ahnung, Beyoncé-Konzert bin oder so. Dann habe ich nicht die beste Zeit meines Lebens in diesem Moment, weil da unten Beyoncé steht. Aber auch, weil ich zum Beispiel vielleicht mit meinen Freunden da bin und weil ich die Musik richtig gut finde, weil wir tanzen und weil wir einfach eine Erinnerung haben für immer. Und das ist quasi das, was du den Leuten geben möchtest, eine Erinnerung für immer? Und auch für mich. Also auch für mich sind das ja richtig gute Erinnerungen. Du musst singen gehen. Scheiße. Ja. Also sie hat mal in dem Interview gesagt, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass nach allem, was passiert ist, sie nicht verrückt geworden ist. Und das stimmt, wenn so ein Popanz um einen rum veranstaltet wird, dann hätte ich auch damit gerechnet, dass einen das ein bisschen mehr aus der Bahn wirft oder einen von sich selber entfernt. Aber sie wirkt wirklich sehr ruhig und sehr leicht und echt erstaunlich gut weggesteckt. Und das macht alles schéufe. Wie noch Corona. Wir älteren im März. Ja. 않을 безопасorts. Weil ich nicht unbedingt nicht mehr flow. Ha! Oh, wenn es dir ist? Was selbst sagen? Wie viele Neues ja Luther聞idenst? Jo bleibe. So, während draußen jetzt noch der Soundcheck läuft, bekomme ich Backstage schon mal eine kleine Einweisung von Jan. Denn gleich nach dem Soundcheck dürfen ein paar zahlungsfreudige Fans für 115 Euro Lena nochmal persönlich treffen. Und da gibt es einiges zu beachten. Hereinspaziert. Okay, gut. Jan, hier ist normalerweise dein Job, aber ich übernehme heute, weil ich mache was? Okay, du machst jetzt das Meet & Greet gleich. Ja, natürlich. Ungefähr so zwölf Minuten machen wir das Ganze immer, dass man noch, wie jeder eine Chance hat, auch eine Frage zu stellen dann natürlich. Und da ist es ganz wichtig, dass du erst einmal vom Raum-Setup ein schönes Setup findest. Das darfst du natürlich auch gleich mit immer nehmen. Dann habe ich da nichts mehr zu tun. Genau, also baust du am besten den Raum so zurecht, dass 20 Leute super sitzen können. Okay. Die sollen einfach ihre Sachen schon bereit haben, also ihr Handy bereit haben, die Sachen, die sie schenken möchten und die Dinge, die sie unterschreiben lassen möchten. Wichtig ist nur, dass es während des Q&A, so nennen wir es, Question & Answering, dass wir da in der Zeit keine Aufnahmen haben. Keine Fotos, genau, keine Audio-Recordings, nichts in der Art. Okay. Genau. Dann baue ich es um jetzt, oder? Ja, würde ich sagen. Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid bei diesem Schaum-Track. Schaum-Track? Schaum-Track. Wir haben schon zwei Lieder geprobt und wir proben jetzt auch noch ein paar Lieder. Sind wir alle? Ja? Ja, dann herzlich willkommen. Ist alles ganz entspannt, die Lena kommt gleich. Am besten wäre jetzt schon mal, die ganzen Kameras rauszuholen, irgendetwas, was ihr verschenken wollt, vielleicht jetzt schon mal rausholen. Und wenn ihr irgendwo ein Autogramm draufhaben wollt, dann wäre es auch total gut, wenn ihr das jetzt schon mal alles rausholt und in Taschen dann nach hinten packt. Ja, Juhu. Kannst losgehen? Da ist sie! Ihr dürft mich alles fragen, was ihr wollt. Ob ich alles beantworte, ist die Frage. Aber ihr könnt es ja versuchen. Komm, traut euch! Ja! Bist du so ausländisch oder rein deutsch? Ich bin zum Viertel Ungare. Ein Viertel Ungare. Sonst deutsch. Ist das okay? Gibt es eine Sache, die du noch so unbedingt in deinem Leben erreichen willst oder so unbedingt machen willst? Also, das hört sich so um. Ja, klar. Es gibt eine Million Sachen, die man noch machen will. Ich will irgendwann Kinder haben. Und, keine Ahnung, es gibt so viele kleine Sachen, die man noch so machen will. Drei Fragen noch und dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Leider. Hab ich schön gemacht. Die Katrin, die weiß, wie es geht. Bist du nervös vor dem Auftritt und wenn ja, was machst du dagegen? Also, ich bin richtig nervös vor dem Auftritt. Und was ich dagegen mache, ist eigentlich sowas wie mich beruhigen mit Atmen. Also, wenn man so himmelig ist und so aufgeregt ist, dann einfach versuchen, ganz ruhig zu atmen und durchzuatmen. Und denken so, alles ist gut, alles ist gut. Ja, es sind gerne vier, einmal hier. Halt dich kurz am Rand, ganz kurz. Tut leider nicht, tut mir leid. Alter, krass. So ein Meet & Greet in der Größenordnung, das habe ich auch noch nicht miterlebt. Und das ist total spannend, weil die Situation ist ganz angespannt und alle sind ganz aufgeregt. Es ist eigentlich eine komische Situation. Und wir haben jetzt auch noch was Neues erfahren. Die Lena ist zu einem Viertel ausländisch. Auf die Frage wäre ich ja nun selber nie gekommen. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist es kräftemäßig? Jetzt so die Zeit ist eigentlich auch super wichtig für mich. Dass man nochmal so eine kurze Zeit hat, wo man so ein bisschen runterkommen kann. Und jetzt hat man nochmal so einen Moment, wo man so ein bisschen für sich auch ist. Was ist denn eigentlich aus deinen ganzen anderen Optionen geworden, wie Schauspiel und so? Alles, was du sonst noch so für bleiben hattest? Du wolltest ja auch mal Afrikanistik und Philosophie und so. Es gab ja noch ein paar. Voll gut informiert. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass so meine Beruf Sängerin ist. Mit halt ganz vielen Sachen, die ich noch machen darf nebenbei. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich das nicht machen will oder so. Also ich habe immer gedacht, das wurde mir sozusagen so gegeben. Also ich habe mir das ja noch nicht mal so richtig hundertprozentig ausgesucht. Ich wusste, dass es mir ein bisschen passiert. Und ich hatte tierisches Glück einfach damit. Und dann habe ich gedacht, das ist das Perfekte für mich. Du wolltest immer berühmt werden, ne? Ne, ich wollte irgendwie was Künstlerisches machen. Ist es auch heute nicht so ein großes Thema. Kannst du ausblenden? Ja, also zu Hause auf jeden Fall. Du hast gesagt, zu Hause ist deine Droge. Warum? Ja, weil ich einfach, weil ich ein totaler Gewohnheitsmensch bin. Und weil ich das total liebe, einfach zu Hause zu sein. Und manche Leute haben ja die Droge, unterwegs zu sein und auf der Bühne zu sein. Und sozusagen immer neuer Input. Und für mich ist das auch, für mich ist das eher so ein bisschen zehrend. Und das ist mein Job. Und dann, wenn ich nach Hause komme, ist das sozusagen meine Auffangschale. Und deswegen ist mein Zuhause total wichtig. Und ja, ich bin auch nicht so ein Party-Mensch und so. Ich bin dann eher so ein bisschen häuslich. Was muss zu Hause sein? Oder wie muss das zu Hause sein, damit es ein Zuhause ist? Was muss es mitbringen? Das ist mir ein bisschen zu privat. Ja? Ja. Echt? Ja. Ah, okay. Das ist einfach meine Wohlfühl-Zone. Also für mich ist es auf jeden Fall wichtig, auch eine Seite an meinem Leben zu haben, die halt nicht öffentlich ist. Also um jetzt schon mal ein paar abschließende Worte vorwegzunehmen. Ich finde, sie wirkt wirklich total entspannt und überlegt und ganz klar bei sich. Also ich finde, sie wirkt authentisch so, als hätte sie das alles, also das Leben im Griff. Hello, hello. His life's wrong. Come on, come on, get it up. You don't make it up. You don't make it up, come on. You don't make it up, come on. Bist du tatsächlich aufgeregt? Ja, ich bin schon aufgeregt. Also jetzt nicht todesaufgeregt, nicht todesnervös. Positiv angespannt. Aber schon so ein bisschen rummelig. Gute Musik. Maybe we're going to Oh Oh You're a bitch I'll never feel You're a bitch I'll never feel You're a bitch I'll never feel You're a bitch Hallo Berlin! So, jetzt jeder noch Nee 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 nee, hallo Hallo Berlin! Danke Katrin, sehr gerne I'll still be here La 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 Dankeschön And you Oh 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 Go oh oh We are who we wanna be Running wild and free Yeah Let's go oh 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 Go oh oh Hey, Willi, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für alles. Hoffentlich bis bald. Hoffentlich kann. Dankeschön. Danke! Danke, das war's. Danke, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, wie war's? Jut! Ja, hat Spaß gemacht. Ja? Ja, voll. Ich bin ja jetzt wirklich fünf Minuten oder zwei Minuten nach der Show. Ja, das ist ganz authentisch. Es ist wirklich so schön. So ist sie, zwei Minuten nach der Show. Man ist so auf 180, so viel Adrenalin und so viel Glücksgefühle. Oh, so schön. Hat echt Spaß gemacht. Danke, dass ich einen Tag lang deine Assistentin sein darf. Danke, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ohne Scheiß, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dich kennenzulernen. Gleichfalls. Jetzt aber, jetzt drück mich! Mann! Nie! Sie ist schon sehr schnell sehr professionell geworden. Beim Singen, Bühnen, Performance, alles. Sehr beeindruckend. Apropos, beeindruckend geht's auch weiter, denn nächste Woche ist der provokanteste Türke, den die deutsche Kulturlandschaft zu bieten hat. Mein Chef, Serdar Sumuncu. Bis dahin, tschüss. Ist das so? Ist das so? Ist das so? Das wollen wir ja erst nochmal sehen. Die Relation hat so gewürfelt. Komm, wir nehmen mal einen Türken. Kann der Deutsch? Ja, hm. Nicht, dass der barfuß kommt. Gerade beschäftigt mich, das gar nicht jetzt so einfach zusammenzufassen. Ich beschäftige mich total viel mit diesem ganzen Narzissmus-Thema. Immer ich, ich, ich und Kamera hier und schminken und ich mache das und ich mache das. Und das ist für mich ein irres Problem und ein irres Thema irgendwie. Und warum? Weil es zu viel? Ja, weil ich finde, dass es nicht normal ist und dass es nicht normal sein soll. Und was glaubst du, woher das kommt? Weil mein Beruf darum geht, sich um mich zu kümmern und nicht um andere. Und aber glaubst du, das kann man in irgendeiner Form abstellen? Ja, stimmt. Echt? Ja. Und also wie? Also zum Beispiel bin ich gerade dabei, mir das ein bisschen so hinzudrehen, dass ich meinen Job oder meine, oder meine, meine Karriere und meine Musik und mein, und das was sozusagen alles um mich geht und auch Styling und Beauty und hier schminken und Selfies und Instagram und so, dass ich das einfach für mich selber auch nicht auf mich beziehe, sondern dass ich versuche das aus einem geschäftlichen Hintergrund auch zu sehen. Also das auch als Business zu sehen und zu denken, okay, was, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Du versuchst dich mehr zu verprodukten quasi. Ja. Irgendwie das hört sich irgendwie kalt an. Ja. Also so kalt ist es von meinem Gefühl her nicht. Aber ich versuche auf jeden Fall so dieses, ja, das alles so doll auf mich selber zu beziehen, so ein bisschen abzuschalten. Machst du das? Ja, schon. Ja, aber, äh, willkommen bei der schwierigsten Aufgabe überhaupt. Ja, es ist auch eine Schere zwischen, was mache ich einfach, weil ich es halt einfach mache und worüber denkt man nach, wenn man es macht. So, was, wie viel will man überhaupt kontrollieren, um nicht sich selber zu verlieren, wie viel will man aber auch preisgeben, damit man sich selber nicht verliert, damit man man selber bleibt, damit man nicht irgendwie abdreht oder so. Ich finde das schon ein extrem, äh, großes, äh, großes Thema so. Voll. Ja. Schwierig. Aber halt auch sehr spannend. Guck mal, du hast die Frage beantwortet und wir gehen jetzt los und kaufen Quatsch. Wir kaufen fünf Sachen und dann verbindet einer dem anderen die Augen, dann kriegt man eine Sache im Mund und muss halt sagen, was es ist. Okay. Aber wir machen nicht so fies, oder? Darf man eine Sache sagen, die man gar nicht mag? Okay. Also was ganz Schlimmes, aber nicht, dass du es dann extra kaufst. Nein, nein, das ist dann die Regel, das darf man dann nicht. Also was ich ganz, ganz, ganz... Warte mal, bist du ein Vegetarier? Nee. Okay. Du? Okay. Ich finde ganz, ganz furchtbar Tabasco. Ich finde das das Allerschrecklichste mit auf der ganzen Welt. Alter, wie hardcore bist du denn? Willst du mir jetzt Tabak in die Fresse stecken? Tabasco? Ach, Tabasco. So. Ich habe Tabak verstanden. Dann würde ich mich gegen Marzipan entscheiden. Ja dann. Okay. Los. Aber nicht Tabak jetzt, ne? Nein, bist du verrückt? Man stirbt dann. Die Lena. Das ist sehr faszinierend, sie zu treffen. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich kenne sie schon, weil ich sie schon so lange begleite. Ich weiß noch genau, wie sie damals bei unserer Star für Oslo, der Castingsendung für den ESC, auf die Bühne kam und ich dachte, boah, wer ist das denn? Und ich kenne sie aber nicht, habe sie noch nie getroffen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich sie heute mal kennenlernen darf. Und wir machen jetzt eine kleine YouTube-Challenge für Lenas YouTube-Kanal und die Challenge heißt, was ist in meinem Mund? Wir gehen jetzt ins Büdchen. Jeder kauft jeweils fünf Sachen, die der andere hinterher mit verschlossenen Augen erschmecken muss. Also wir machen nette Sachen, oder ist das schon auch, besteht die Challenge schon? Ne, man kann auch schon, also es ist eine Challenge halt. Man muss es schon auch irgendwie schaffen. Man muss es schon auch irgendwie schaffen. Es ist schwierig schon auch, ja. Man muss schon ins Ziel kommen. Tablettenkäse? Baugel ist doch auch viel. Bin da doch Versabi mit. Voll schwer, wenn man nur schmecken kann, was man da im Mund hat. Gewonnen hat übrigens Lina mit fünf zu vier. Und dann ist zwischen Challenge und Soundcheck noch ein bisschen Zeit zum Relaxen und zum Reden. Du hast dich entschieden jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Social Media, Internet mäßig. Richtig? Ja. Warum? Ohne Scheiß, bei mir hat wirklich alles sehr viel damit zu tun, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Und das ist sozusagen für mich das allergrößte Privileg, was ich habe und wofür ich jeden Tag so unfassbar dankbar bin, dass ich einfach wirklich einfach das machen kann, worauf ich Lust habe. Ja, ich hatte einfach Bock. Und die Situation, was neu ist, ist dadurch entstanden, dass ich mit dem Stardust-Album auf Tour war und alles und das sozusagen fertig gearbeitet habe, dieses Projekt. Und ich einfach zum Ende hin mehr und mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt was anderes machen, weil das, was ich gerade mache, bin ich gar nicht mehr. Und ja, und dann habe ich halt mich an Crystal Sky gesetzt. Es war auf jeden Fall eine dolle Entwicklung bei diesem Album und auch für mich eine dolle Veränderung für mich selber. Und es hat mich auch sehr viel Mut gekostet und so. Und jetzt zum Beispiel ist für mich die... Warum hat es viel Mut gekostet? Ja, weil Veränderung immer einfach richtig schwierig ist, wenn man von allen Seiten beobachtet wird. Weil man natürlich auch voll auf die Fresse fliegen kann. Weil auch voll viele... Stardust hat doch super funktioniert. War doch alles cool. So, warum was anderes machen, wenn es gut funktioniert? Und warum riskieren, dass die Hälfte der Leute sagt, es ist total scheiße, was du machst? Und wie kannst du das ausblenden oder kannst du nicht ausblenden? Kann man nicht ausblenden. Und wie kannst du damit arbeiten? Muss man, glaube ich, annehmen. Also selbst im Privaten schafft man ja nicht, sich davon frei zu machen, was seine Freunde über einen denken und so. Und bedauerst du das manchmal? Weil ich finde schon, dass, als du da zum ersten Mal rausgekommen bist bei unseres Star für Oslo, dass dir so eine Leichtigkeit und so eine Unbefangenheit genommen wurde, die es ja eigentlich von Anfang an ausgemacht hat. Nee. Ich glaube, dass das total natürlich ist. Also ich glaube nicht, dass man das kann. Wenn man zum ersten Mal einen Wasserfall sieht, dann ist man immer geflashter, als wenn man ihn zum zweiten Mal sieht. Das ist einfach normal. Man kann nicht immer wieder aufs Neue sozusagen naiv sein. Das stimmt. Geht nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Leichtigkeit in den Dingen verloren habe. Ich habe einfach, ich habe nur das Gefühl, dass ich einfach richtig viel dazugelernt habe. Also in mir drin ist es total leicht. Also ich fühle mich sehr ausgeglichen. Wo musstest du am meisten lernen? Nein sagen. Nein sagen? Mhm. Und wem oder was? Alles. Einfach immer Nein sagen, wenn ich was nicht möchte. Es ist mir unfassbar schwer gefallen. Ich habe das nicht geschafft am Anfang. Ich war so, ja willst du das? Mhm. Und was willst du essen? Wollen wir das essen? Mhm. Bei allem. Einfach bei allem. Und unterschreibst du diesen Vertrag? Mhm. So. Einfach alles. Ich musste einfach lernen, Nein zu sagen. Und Sachen aufzunehmen, anzunehmen, mir durch den Kopf gehen zu lassen, nachzudenken und dann eine Entscheidung fällen. Aber was ich mich schon frage ist, wenn man so viel Liebe bekommen hat wie du und dann aber auch so viel Häme und so viel das genaue Gegenteil davon, ist das auch was, was du lernen musstest oder war das nicht so schlimm für dich oder nicht so tragisch? Nee, das war tatsächlich, was mir richtig leicht gefallen ist von Anfang an. Und warum? Ich glaube, das ist eine Erziehungssache. Und wie muss die Erziehung sein, dass einem das leicht fällt? Ich war nie anfällig für, wir lieben dich, wir lieben dich und ich, ah, danke. So, das war noch nie so. Und ich war auch noch nie, du bist scheiße. Irgendwie hat meine Mutter das auf jeden Fall ganz gut hingekriegt, glaube ich, weil ich wirklich und vor allen Dingen am Anfang damit wenig Probleme hatte. Ich glaube, was ich immer noch richtig scheiße finde, was ich noch nicht so richtig abschalten kann, ist von der Meinungsgeschichte her mich unverstandenen Gefühlen von Leuten. Von Leuten, die du unmittelbar triffst? Ja. Oder von Leuten da draußen? Unfair behandelt zu werden von Leuten, die mich nicht kennen. Welches Vorurteil trifft dich am meisten? Wahrscheinlich wirklich, dass ich eine Zicke bin. Ich glaube von mir, dass ich eigentlich gar nicht so zickig bin. Wenn man mich kennenlernt, denkt man wahrscheinlich relativ schnell auch, okay, vielleicht nicht ganz so krasse Zicke, wie ich dachte. Ja. Und warum willst du abends auf die Bühne? Wegen... Wegen Freude einfach. Ich stelle mir immer auch ein bisschen vor, wie ich bin, wenn ich auf einem Konzert bin, wenn ich zum Beispiel auf einem, keine Ahnung, Beyoncé-Konzert bin oder so. Dann habe ich nicht die beste Zeit meines Lebens in diesem Moment, weil da unten Beyoncé steht. Aber auch, weil ich zum Beispiel vielleicht mit meinen Freunden da bin und weil ich die Musik richtig gut finde, weil wir tanzen und weil wir einfach eine Erinnerung haben für immer. Und das ist quasi das, was du den Leuten geben möchtest? Ja. Eine Erinnerung für immer? Ja, und auch für mich. Also auch für mich sind das ja richtig gute Erinnerungen. Du musst singen gehen. Scheiße. Ja. Also sie hat mal in dem Interview gesagt, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass nach allem, was passiert ist, sie nicht verrückt geworden ist. Und das stimmt. Wenn so ein Popanz um einen herum veranstaltet wird, dann hätte ich auch damit gerechnet, dass einen das ein bisschen mehr aus der Bahn wirft oder einen von sich selber entfernt. Aber sie wirkt wirklich sehr ruhig und sehr leicht und echt erstaunlich gut weggesteckt. So, während draußen jetzt noch der Soundcheck läuft, bekomme ich Backstage schon mal eine kleine Einweisung von Jan, denn gleich nach dem Soundcheck dürfen ein paar zahlungsfreudige Fans für 115 Euro Lena nochmal persönlich treffen. Und da gibt es einiges zu beachten. Hereinspaziert. Okay, gut. Jan, hier ist normalerweise dein Job, aber ich übernehme heute, weil ich mache was? Okay, du machst jetzt das Meet & Greet gleich. Ungefähr so zwölf Minuten machen wir das Ganze immer, dass jeder noch eine Chance hat, auch eine Frage zu stellen dann natürlich. Und da ist es ganz wichtig, dass du erst einmal vom Raum-Setup ein schönes Setup findest. Das darfst du natürlich auch gleich mit immer nehmen. Dann habe ich da nichts mehr zu tun. Genau. Also baust du am besten den Raum so zurecht, dass 20 Leute super sitzen können. Okay. Die sollen einfach ihre Sachen schon bereit haben, also ihr Handy bereit haben. die Sachen, die sie schenken möchten und die Dinge, die sie unterschreiben lassen möchten. Okay. Wichtig ist nur, dass es während des Q&A, so nennen wir es, Question and Answering, dass wir da in der Zeit keine Aufnahmen haben. Keine Fotos, genau. Keine Audio-Recordings, nichts in der Art. Okay. Genau. Dann baue ich es um jetzt, oder? Ja, würde ich sagen. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass ihr da seid bei diesem Schaumtack. Schaumtack? Schaumtack. Wir haben schon zwei Lieder geprobt. Und wir proben jetzt auch noch ein paar Lieder. So. Oh, ich bin so aufgeregt. Ah! 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 Meine Chefin ist heute Lena Meier-Landrut, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010. Und mit gerade mal 19 und gerade mal Abi hat sie geschafft, was seit 1982 und Nicole niemand mehr geschafft hat, den Gesangspokal nach Deutschland geholt. Seitdem hat sie 4 Alben gemacht, einen YouTube-Kanal und wegen des guten Laufs ist sie auch Verlängerung ihrer Carry You Home Tour. Und da habe ich mich mal einen Tag in Berlin dran gehängt. Warte, ich freue mich. Ich freue mich auch. Lena Meier-Landrut, 24 Jahre alt, geboren in Hannover, ist Sängerin, Fashionista und Jurorin bei The Voice Kids. Sie ist Britney Spears Fan und strickt gerne mal was. Ich dachte erstmal, wir machen erstmal eine YouTube-Challenge zusammen. Das ist mein erster Plan. Dafür werde ich dich benutzen. Und dann geht's auf die Bühne und zwischendurch sind halt so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach so erledigt werden müssen. Wie sieht so ein typischer Tour-Tag aus? Ja, man wacht auf im Tour-Bus und sieht extrem scheiße aus, weil das Tour-Bus-Leben nicht so luxuriös ist, wenn man nicht Vienna heißt. Die Tour ist jetzt zweieinhalb Wochen lang einfach am Stück. Und sonst Konzerte sind immer eher einzelne Tage. Ich habe fast jedes Wochenende im Sommer Konzerte. Das ist ja jetzt quasi so eine Nachzügler-Tour sozusagen, weil die erste so gut gelaufen ist. Ja. Cool. Gibt es jetzt noch eine Nachzügler-Nachzügler-Nachzügler-Tour quasi? Das ist erstmal nicht geplant, nee. Ah, okay. Ich mache jetzt erstmal anderes. Was denn? Album schreiben und so. Neues Album. Und schlafen auch erstmal ein bisschen. Weil die zweieinhalb Wochen so... Nicht jetzt, bitte. Und dann, wie sieht das aus, so ein Album schreiben? Wie gehst du das an? Meistens sitzen nicht mehr als drei Leute im Studio. Und das sind Produzenten oder selber Musiker oder Textler? Also ich habe immer einen Produzenten dabei, weil ich ja jetzt auch ziemlich elektronische Geschichte mache. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn da schon jemand sitzt und so ein Beat irgendwie hat und eine Idee von dem Soundbild. Und für mich ist es halt aber total wichtig, dass man trotzdem Musik macht, wo man im Zweifelsfall auch am Feuer mit einer Gitarre sitzen kann und das Lied auch an der Gitarre spielen kann. Und warum ist das für dich wichtig? Ja, weil ich finde, dass das dann Musik ist. Also ich will jetzt nicht nur Beat und uh, yeah, sondern denke ich so. Ja, was ist der Inhalt davon? Und was ist das Ziel? Also was hast du dir vorgenommen? Man geht doch immer mit so einem Ziel an ein Album oder ist das Album das Ziel? Das Album ist das Ziel. Ja? Ja. Also es ist nicht so, man will sich selber ausdrücken, man will nochmal der Welt irgendwas über ein bestimmtes Thema sagen. Bei mir ist es immer eher so, dass ich so situativ verarbeite, was beschäftigt mich im Moment. Mhm. Ja. Ja, okay. Und was beschäftigt dich im Moment? Jetzt wird es aber, Katrin, jetzt am frühen Morgen jetzt hier. Ich dachte, wir gehen jetzt lustige Sachen einkaufen für YouTube. Dann ab. Gleich hast du es geschafft. Ich habe die Frage schon wieder. Was beschäftigt dich jetzt gerade? Jetzt? Ihhh. Das hätte ich auch sagen sollen. Ich mache keine Bilder. Nehme ich schon mal mit. Ihhh. Ich muss es warten. Okay. Tschüss, danke. Tschüss, danke. Bitteschön. 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 Ist das sowas wie Käse? Ja. Ja! Fällig? Aha. Was ist das? Kann ich sterben? Es hat salzig geschmeckt. Bistatje? Yeah! Scheiße. Hab ich einen Punkt? Ja, war zu einfach. Aber ich will ja gewinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht ich da? Warte mal kurz. Ist das Spargel? Ja. Boah! Alter! Ist das was Fischiges? Tun Fisch? Ich möchte das nicht. Aber es riecht bis jetzt am besten von allen Sachen. Oh, das knuspert aber schön. Spuckst du das aus? Das ist so ekelhaft. Schmeckt nach trockenem Erbrochenen. Aber auch ein bisschen wie Popcorn. Möchtest du sehen? Ich kotze. Oh! Oh! Ich glaube, so was trinke ich nicht. Was soll das sein? Das ist eher so was wie Ramazzotti oder so. Boah, ich habe immer noch diesen Chitake-Geschmack im Maul. Möchtest du einen Schluck? Oh! Entschuldigung. Ich habe gedacht, Jägermeister. Ja! Echt! Yeah, yeah, yeah! Buh! 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 Ist voll leicht, oder nicht? Eklig und leicht? Buh! Kaffee? Mhm, richtig. Hobby! Buh! Schön kauen. Bäh! Bäh! Ach, mich schüttet es selber. Ist das Gelatine? Ich weiß es nicht. Es ist ein schöner Erdbeer-Pudding. Bäh! Ist nicht dein Ernst? Doch! Ne, das können die nicht so verkaufen. So, das war die YouTube-Challenge. Und es ist für mich selber. Und es hat mich auch sehr viel Mut gekostet und so. Und jetzt zum Beispiel ist für mich die... Warum hat es viel Mut gekostet? Ja, weil Veränderung immer einfach richtig schwierig ist, wenn man von allen Seiten beobachtet wird. Weil man natürlich auch voll auf die Fresse fliegen kann. Weil auch voll viele... Stardust hat doch super funktioniert. War doch alles cool. So, warum was anderes machen, wenn es gut funktioniert? Und warum riskieren, dass... Die Hälfte der Leute sagt, es ist total scheiße, was du machst. Und wie kannst du das ausblenden? Oder kannst du nicht ausblenden? Kann man nicht ausblenden. Und wie kannst du damit arbeiten? Muss man, glaube ich, annehmen. Also, selbst im Privaten schafft man ja nicht, sich davon frei zu machen, was seine Freunde über einen denken und so. Und bedauerst du das manchmal? Weil ich finde schon, dass, als du da zum ersten Mal rausgekommen bist bei uns das da für Oslo, dass dir so eine Leichtigkeit und so eine Unbefangenheit genommen wurde, die es ja eigentlich von Anfang an ausgemacht hat. Nee. Ich glaube, dass das total natürlich ist. Also, ich glaube nicht, dass man das kann. Wenn man zum ersten Mal einen Wasserfall sieht, dann ist man immer geflashter, als wenn man ihn zum zweiten Mal sieht. Das ist einfach normal. Man kann nicht immer wieder aufs Neue sozusagen naiv sein. Mhm, das stimmt. Das geht nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Leichtigkeit in den Dingen verloren habe. Ich habe einfach... Ich habe nur das Gefühl, dass ich einfach richtig viel dazugelernt habe. Also, in mir drin ist es total leicht. Also, ich fühle mich sehr ausgeglichen. Wo musstest du am meisten lernen? Nein sagen. Nein sagen? Mhm. Und wem oder was? Alles. Einfach immer Nein sagen, wenn ich was nicht möchte. Es ist mir unfassbar schwer gefallen. Ich habe das nicht geschafft am Anfang. Ich war so... Ja, willst du das? Mhm. Und was willst du essen? Wollen wir das essen? Mhm. Bei allem. Einfach bei allem. Und unterschreibst du diesen Vertrag? Mhm. So, einfach alles. Ich musste einfach lernen, Nein zu sagen. Und Sachen aufzunehmen, anzunehmen, mir durch den Kopf gehen zu lassen, nachzudenken und dann eine Entscheidung fällen. Aber was ich mich schon frage ist, wenn man so viel Liebe bekommen hat wie du und dann aber auch so viel Häme und so viel, das genaue Gegenteil davon, ist das auch was, was du lernen musstest oder war das nicht so schlimm für dich oder nicht so tragisch? Nee, das war tatsächlich, was mir richtig leicht gefallen ist von Anfang an. Und warum? Ich glaube, das ist eine Erziehungssache. Und wie muss die Erziehung sein, dass einem das leicht fällt? Ich war nie anfällig für, wir lieben dich, wir lieben dich und ich, ah, danke. So, das war noch nie so. Und ich war auch noch nie, du bist scheiße. Irgendwie hat meine Mutter das auf jeden Fall ganz gut hingekriegt, glaube ich, weil ich wirklich und vor allen Dingen am Anfang damit wenig Probleme hatte. Ich glaube, was ich immer noch richtig scheiße finde, was ich noch nicht so richtig abschalten kann, ist von der Meinungsgeschichte her, mich unverstandenen Gefühlen von Leuten. Von Leuten, die du unmittelbar triffst? Ja. Oder von Leuten da draußen? Unfair behandelt zu werden von Leuten, die mich nicht kennen. Welches Vorurteil trifft dich am meisten? Wahrscheinlich wirklich, dass ich eine Zicke bin. Ich glaube von mir, dass ich eigentlich gar nicht so zickig bin. Wenn man mich kennenlernt, denkt man wahrscheinlich relativ schnell auch, okay, vielleicht nicht ganz so krasse Zicke, wie ich dachte. Ja. Und warum willst du abends auf die Bühne? Wegen Freude einfach. Ich stelle mir immer auch ein bisschen vor, wie ich bin, wenn ich auf einem Konzert bin. Wenn ich zum Beispiel auf einem, keine Ahnung, Beyoncé-Konzert bin oder so, dann habe ich nicht die beste Zeit meines Lebens in diesem Moment, weil da unten Beyoncé steht. Aber auch, weil ich zum Beispiel vielleicht mit meinen Freunden da bin und weil ich die Musik richtig gut finde, weil wir tanzen und weil wir einfach eine Erinnerung haben für immer. Und das ist quasi das, was du den Leuten geben möchtest, eine Erinnerung für immer? Ja. Und auch für mich. Also auch für mich sind das ja richtig gute Erinnerungen. Du musst singen gehen. Scheiße. Ja. Ja. Sie hat mal in dem Interview... Oh, ich bin so aufgeregt. Ah! 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 Meine Chefin ist heute Lena Meier-Landrut, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010. Und mit gerade mal 19 und gerade mal Abi hat sie geschafft, was seit 1982 und Nicole niemand mehr geschafft hat, den Gesangspokal nach Deutschland geholt. Seitdem hat sie vier Alben gemacht, einen YouTube-Kanal und wegen des guten Laufs ist sie auch Verlängerung ihrer Carry You Home Tour. Und da habe ich mich mal einen Tag in Berlin dran gehängt. Danke. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Lena Meier-Landrut, 24 Jahre alt, geboren in Hannover, ist Sängerin, Fashionista und Jurorin bei The Voice Kids. Sie ist Britney Spears Fan und strickt gerne mal was. Ich dachte erst mal, wir machen erst mal eine YouTube-Challenge zusammen. Das ist mein erster Plan. Dafür werde ich dich benutzen. Und dann geht's auf die Bühne und zwischendurch sind halt so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach so erledigt werden müssten. Wie sieht so ein typischer Tour-Tag aus? Ja, man wacht auf im Tour-Bus und sieht extrem scheiße aus, weil das Tour-Bus-Leben nicht so luxuriös ist, wenn man nicht Vienna heißt. Die Tour ist jetzt zweieinhalb Wochen lang einfach am Stück. Und sonst Konzerte sind immer eher einzelne Tage. Ich habe fast jedes Wochenende im Sommer Konzerte. Das ist ja jetzt quasi so eine Nachzügler-Tour sozusagen, weil die erste so gut gelaufen ist. Ja. Cool. Gibt es jetzt noch eine Nachzügler-Nachzügler-Nachzügler-Tour quasi? Das ist erst mal nicht geplant, nee. Ah, okay. Ich mache jetzt erst mal anderes an. Was denn? Album schreiben und so. Neues Album. Und schlafen auch erst mal ein bisschen. Weil die zweieinhalb Wochen so... Ja. Nicht jetzt, bitte. Und dann, wie sieht das aus, dein Album schreiben? Wie gehst du das an? Na, meistens sitzen nicht mehr als drei Leute im Studio. Und das sind Produzenten oder selber Musiker oder Textler? Also ich habe immer einen Produzenten dabei, weil ich ja jetzt auch ziemlich elektronische Geschichte mache. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn da schon jemand sitzt und so ein Beat irgendwie hat. Und eine Idee von dem Soundbild. Und für mich ist es halt aber total wichtig, dass man trotzdem Musik macht, wo man im Zweifelsfall auch am Feuer mit einer Gitarre sitzen kann und das Lied auch an der Gitarre spielen kann. Und warum ist das für dich wichtig? Ja, weil ich finde, dass das dann Musik ist. Also ich will jetzt nicht nur Beat und uh, yeah. Sondern dann denke ich so, ja, was ist der Inhalt davon? Und was ist das Ziel? Also was hast du dir vorgenommen? Man geht doch immer mit so einem Ziel an ein Album oder ist das Album das Ziel? Das Album ist das Ziel. Ja? Ja. Also es ist nicht so, man will sich selber ausdrücken, man will nochmal der Welt irgendwas über ein bestimmtes Thema sagen. Bei mir ist es immer eher so, dass ich so situativ verarbeite, was beschäftigt mich im Moment. Mhm. Ja. Ja, okay. Und was beschäftigt dich im Moment? Jetzt wird es aber, Katrin, jetzt am frühen Morgen jetzt hier, ich dachte, wir gehen jetzt lustige Sachen einkaufen für YouTube. Dann acht, gleich hast du es geschafft. Ich habe die Frage schon wieder, was beschäftigt dich jetzt gerade? Jetzt gerade beschäftigt mich, das ist gar nicht jetzt so einfach zusammenzufassen. Ich beschäftige mich total viel mit diesem ganzen Narzissmus-Thema. Immer ich, ich, ich und Kamera hier und schminken und ich mache das und ich mache das. Und das ist für mich ein irres Problem und ein irres Thema irgendwie. Und warum? Weil es zu viel? Ja, ja. Weil ich finde, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass nach allem, was passiert ist, sie nicht verrückt geworden ist. Und das stimmt, wenn so ein Popanz um einen rum veranstaltet wird, dann hätte ich auch damit gerechnet, dass einen das ein bisschen mehr aus der Bahn wirft oder einen von sich selber entfernt. Aber sie wirkt wirklich sehr ruhig und sehr leicht und echt erstaunlich gut weggesteckt. Und das stimmt, wenn es nicht mehr aus der Bahn wirft oder einen von sich selber entfernt ist, So, während draußen jetzt noch der Soundcheck läuft, bekomme ich Backstage schon mal eine kleine Einweisung von Jan. Denn gleich nach dem Soundcheck dürfen ein paar zahlungsfreudige Fans für 115 Euro Lena nochmal persönlich treffen. Und da gibt es einiges zu beachten. Hereinspaziert. Okay, gut. Jan, hier ist normalerweise dein Job, aber ich übernehme heute, weil ich mache was? Okay, du machst jetzt das Meet & Greet gleich. Ungefähr so zwölf Minuten machen wir das Ganze immer, dass man noch, wie jeder eine Chance hat, auch eine Frage zu stellen dann natürlich. Und da ist es ganz wichtig, dass du erst einmal vom Raum-Setup ein schönes Setup findest. Das darfst du natürlich auch gleich mit immer nehmen. Dann habe ich da nichts mehr zu tun. Genau, also baust du am besten den Raum so zurecht, dass 20 Leute super sitzen können. Und die sollen einfach ihre Sachen schon bereit haben, also ihr Handy bereit haben, die Sachen, die sie schenken möchten und die Dinge, die sie unterschreiben lassen möchten. Wichtig ist nur, dass es während des Q&A, so nennen wir es, Question and Answering, dass wir da in der Zeit keine Aufnahmen haben. Keine Fotos, genau, keine Audio-Recordings, nichts in der Art. Okay, dann baue ich es um jetzt, oder? Ja, würde ich sagen. Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid bei diesem Schaum-Track. Schaum-Track? Schaum-Track. Wir haben schon zwei Lieder geprobt und wir proben jetzt auch noch ein paar Lieder. Sind wir alle? Ja? Ja, dann herzlich willkommen. Ist alles ganz entspannt, die Lena kommt gleich. Am besten wäre jetzt schon mal, die ganzen Kameras rauszuholen. Irgendetwas, was ihr verschenken wollt, vielleicht jetzt schon mal rausholen. Und wenn ihr irgendwo ein Autogramm draufhaben wollt, dann wäre es auch total gut, wenn ihr das jetzt schon mal alles rauszuholen und die Taschen dann nach hinten packt. Ja, gut. Kann es losgehen? Da ist sie! Ihr dürft mich alles fragen, was ihr wollt. Ob ich alles beantworte, ist die Frage. Aber ihr könnt es ja versuchen. Komm, traut euch! Ja! Bist du so ausländisch oder, also rein deutsch oder? Ich bin zum Viertel Ungare. Ein Viertel Ungare. Sonst deutsch. Ist das okay? Gibt es eine Sache, die du noch so unbedingt in deinem Leben erreichen willst oder so unbedingt machen willst? Ja klar, es gibt eine Million Sachen, die man noch machen will. Ich will irgendwann Kinder haben und keine Ahnung. Es gibt so viele kleine Sachen, die man noch so machen will, alles. Drei Fragen noch und dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Leider. Hab ich schön gemacht. Die Kathrin, die weiß, wie es geht. Bist du nervös vom Auftritt und was machst du dagegen? Also ich bin richtig nervös vom Auftritt und was ich dagegen mache, ist nicht normal. Und dass es nicht normal sein soll. Und was glaubst du, woher das kommt? Weil mein Beruf darum geht, sich um mich zu kümmern und nicht um andere. Und aber glaubst du, das kann man abstellen in irgendeiner Form? Ja, schon. Echt? Ja. Und also wie? Also zum Beispiel bin ich gerade dabei, mir das ein bisschen so hinzudrehen, dass ich meinen Job oder meine Karriere und meine Musik und das, was sozusagen alles um mich geht. Und auch Styling und Beauty und hier Schminken und Selfies und Instagram und so, dass ich das einfach für mich selber auch nicht auf mich beziehe, sondern dass ich versuche, das aus einem geschäftlichen Hintergrund auch zu sehen. Also das auch als Business zu sehen und zu denken, okay, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Du versuchst dich mehr zu verprodukten quasi. Ja. Irgendwie das hört sich irgendwie kalt an. Ja. Also so kalt ist es von meinem Gefühl her nicht, aber ich versuche auf jeden Fall so dieses, ja, das alles so doll auf mich selber zu beziehen, so ein bisschen abzuschalten. Machst du das? Ja, schon. Ja, aber willkommen bei der schwierigsten Aufgabe überhaupt. Ja, es ist auch eine Schere zwischen, was mache ich einfach, weil ich es halt einfach mache und worüber denkt man nach, wenn man es macht, so was, wie viel will man überhaupt kontrollieren, um nicht sich selber zu verlieren, wie viel will man aber auch preisgeben, damit man sich selber nicht verliert, damit man man selber bleibt, damit man nicht irgendwie abdreht oder so. Ich finde das schon, es ist ein extrem großes, großes Thema so. Voll, das ist schwierig, aber halt auch sehr spannend. Guck mal, du hast die Frage beantwortet und wir gehen jetzt los und kaufen Quatsch. Wir kaufen fünf Sachen und dann verbindet einer dem anderen die Augen, dann kriegt man eine Sache im Mund und muss halt sagen, was es ist. Okay, aber wir machen nicht so fies, oder? Darf man eine Sache sagen, die man gar nicht mag? Okay. Also was ganz Schlimmes, aber nicht, dass du das dann extra kaufst. Nein, nein, das ist dann die Regel, das darf man dann nicht. Also was ich ganz, ganz, ganz... Warte mal, bist du Vegetarier? Nee. Okay. Du? Okay. Ich finde ganz, ganz furchtbar Tabasco. Ich finde das das Allerschrecklichste mit auf der ganzen Welt. Alter, wie hardcore bist du denn? Willst du mir jetzt Tabak in die Fresse stecken? Tabasco? Tabasco. So. Ich habe Tabak verstanden. Dann würde ich mich gegen Marzipan entscheiden. Ja, dann. Okay, los. Aber nicht Tabak jetzt, ne? Nein, bist du verrückt? Man stirbt dann. Die Lena, das ist sehr faszinierend, sie zu treffen, weil ich habe eigentlich das Gefühl, ich kenne sie schon, weil ich sie schon so lange begleite. Ich weiß noch genau, wie sie damals bei uns als dafür Oslo der Castingsendung für den ESC auf die Bühne kam und ich dachte, boah, wer ist das denn? Und ich kenne sie aber nicht, ich habe sie noch nie getroffen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich sie heute mal kennenlernen darf. Und wir machen jetzt eine kleine YouTube-Challenge für Lenas YouTube-Kanal und die Challenge heißt, was ist in meinem Mund? Wir gehen jetzt ins Büdchen. Jeder kauft jeweils fünf Sachen, die der andere hinterher mit verschlossenen Augen erschmecken muss. Also wir machen nette Sachen oder ist das schon auch, das bestätigt die Challenge? Nein, man kann auch schon, es ist schon, also es ist eine Challenge halt, man muss es, man muss es schon auch irgendwie schaffen. Man muss es schon auch irgendwie schaffen, man muss schon ins Ziel kommen. Tablettenkäse? Baugel ist doch auch fies. Nimm da doch Wasabi mit. Ihhh. Das hätte ich auch gesagt, ich mag keine Pilze. Neh mich schon mal mit. Tschüss, danke. Bitteschön. Wer fängt an? Du. Okay. Ziehst du was? Ne. Vielleicht nicht so schlimm, wie du denkst. Mh. Es ist... Ah. Ah. Es ist sowas wie Käse. Ja. Ja. Fällig? Aha. Mh. Öl. Was ist das? Kann ich sterben? Öh, es hat erst salzig geschmeckt. Nee, ich schmecke es auch... Also, Bistatje? Yay! Oh, wie schön! Scheiße. Habe ich einen Punkt, wa? Ja, war zu einfach. Aber du hast auch einen Punkt eigentlich. Ja, aber ich will ja gewinnen. Ach so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht so, wie das ist das. Warte mal kurz. Ist das Spargel? Ja. Boah! Alter! Bistatje. Äh, 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 äh. Ist das was Fischiges? Öh, äh, äh. Tun Fisch? Ja. Oh. Ich möchte das nicht. Hm. Aber es riecht bis jetzt am besten von allen Sachen. Hahaha. Oh. Oh, das knuspert aber schön. Spuckst du das aus? Das ist so ekelhaft. Schmeckt nach trockenem Erbrochenen. Aber auch ein bisschen wie Popcorn. Möchtest du sehen? Ich kotze. Ich glaube, so was trinke ich nicht. Was soll das sein? Das ist eher so was wie Ramazzotti. Ich habe immer noch den Chitake-Geschmack im Maul. Möchtest du einen Schluck? Oh. Ich habe gedacht, ein Jägermeister. Ja! Echt? Uh. Das ist voll leicht, oder nicht? Eklig und leicht? Oh. Kaffee? Mhm, richtig. Hoppi! Bäh! Schön kauen. Bäh! Ach, mich schüttet es selber. Ist das Gelatine? Ich weiß es nicht. Es ist ein schöner Erdbeer-Pudding. Bäh! Ist nicht dein Ernst? Doch. Uhhh! Ne, das können die nicht so verkaufen. So, das war die YouTube-Challenge. Und es ist voll schwer, wenn man nur schmecken kann, was man da im Mund hat. Gewonnen hat übrigens Lena mit 5 zu 4. Und dann ist zwischen Challenge und Soundcheck noch ein bisschen Zeit zum Relaxen und zum Reden. Du hast dich entschieden, jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Social Media, Internet-mäßig. Richtig? Ja. Warum? Ohne Scheiß. Bei mir hat wirklich alles sehr viel damit zu tun, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Und das ist sozusagen für mich das allergrößte Privileg, was ich habe und wofür ich jeden Tag so unfassbar dankbar bin, dass ich einfach wirklich einfach das machen kann, worauf ich Lust habe. Also, ja, ich hatte einfach Bock. Und die Situation, was neu ist, ist dadurch entstanden, dass ich mit dem Stardust-Album auf Tour war und alles und das sozusagen fertig gearbeitet habe, dieses Projekt. Und ich einfach zum Ende hin mehr und mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt was anderes machen, weil das, was ich gerade mache, bin ich gar nicht mehr. Und ja, und dann habe ich halt mich an Crystal Sky gesetzt. Das war auf jeden Fall eine dolle Entwicklung bei diesem Album und auch für mich eine dolle Veränderung.